Ja, komm her. Mit dem Schwert gefällt mir das schon besser. Das geht gut. Auch schön schnell. Das passt. Die Kiste ist ja. Ich lass die für Matze. Diese Matze, ja ich auch. Das sind's gar nicht. Die sieht komisch aus. Ich stell mich hier schon mal aufm Schrein drauf. Ja, mach mal. Oh, scheiße. Hinter uns, hinter dir. Bleib schon hinter dir. Wer ist jetzt wer? Ich stech ihn ab schon. Warte, ich bleib schon schnell. Ja. Oh, der Idiot, alter. Da kam also nichts. 14 hat auch nichts. Das war so'n armes Häufchen. Oh, der Idiot, alter. Du kannst dann direkt an deine Leiche, kannst du gleich rangehen? Mhm. Sehr geil, ja. Das geht ja wenigstens. Ist schwierig, ne? Wenn ich zuschlage, hätte ich eh die Herze getötet. Ja, ja. Nee, das war schon okay so. Ich war ja dran. Ich war ja dran. Oh, du hättest auch sterben können, ne? Ja, dann wärs halt so, ja. Ja, war gut. Da lieg ich im Dreck. Plünder deine Leiche. Ich zieh mir das gleich mal alles an hier. Herrlich. Ich will auch was töten. Ich will auch was töten. Gegenüber sind zwei Spieler. Gegenüber sind zwei, ja. Okay, dann geh ich mal hier unten lang. Immer Feuerball. Boah, hau was für ihn. Ist er tot? Nee, noch nicht. Das hinten links ist er weg. Vorsicht, du bist fast tot bei Schwende. Ja, ich muss Magier weg. Machst du, einer kommt glaube ich entgegen? Irgendwo ist der unsichtbar da. Ja. Der Magier. Wieso bin ich gestorben und er nicht alter? Ich habe ihn doch viel mehr verpasst. Also irgendwie bin ich blind für sich vor mir rumgerannt. Ich habe ihn rücken gestrochen. Ach komm. Oh. Die ziehen dir erstmal einen über die Nuss. Da hat er keine Chance. Ja, der hat sich hier hinter versteckt. Das war ungünstig. Du ne Schwein. Bist du das hier Mats? Ja. Ja, das bist du. Würde ich sagen. Oh, ich habe ihn doch noch gekillt. Er ist an meinem Gift hinten. Ja, am Gift. Ja. Bei dir alles gut bei euch finde? Ja, hier sind halt. Haufen Krippen wollen. Mist hier. Ich würde gerne mal rüberkommen, aber. Oh. Oh. Oh, das ist ja gemein hier. Ja, ja. Lass den rein. Vorsicht, Bläschwinde. Eine Mumie hat einen umgebracht. Habe ich gerade gelesen. Achso, du willst direkt pushen. Ich guck nur mal. Ich guck nur mal. Der ist rechts weg, glaube ich. Rechts. Ja, sehen. Ah, da ist er ja. Was bist du denn für einer, Alter? Schlägt er mich einfach. Den kriegst du doch weg. Oh, ich bin Treyas. Ich bin noch dunkel gewesen. Ich bin noch dunkel noch gewesen. Warte, Vorsicht hinter dir. Was? Jo. Okay. Tod, alle tot, alle tot. Das wars. Geil. Alle umgebracht. Ja, hier mit eurem scheiß Loot. Warum nicht hier? Ach. Geil. Das nehme ich. Steps. Jo, hier im Bogenschütze hinter uns. Hier links. Hier links. Im Dunkeln sitzt er. Schmeißen eine Fackel. Ich habe eine Fackel. Hier eine. Im Rand. Dings da oben. Das habe ich. Okay. Er sitzt da links. Jo. Nee, rechts rechts. In der Ecke. Links unten. Komme ich da hin? Nee. Wieso ist das Ding nicht hochgegangen? Ja. Ist er tot? Nee, nee. Er kämmt den Eingang ab. Okay. Ich schleich mich mal rein. Da sind zwei, glaube ich mal. Ah Mist. Jetzt habe ich mich bewegt. Ach Mist. Ja, ja. Da ist einer. Das sind zwei. Es sind sowieso zwei. Okay. Muss ich irgendeine Bombe zum reinschmeißen? Nee, Mist. Diesmal nicht. Sind sie raus? Einer. Ich habe ihn umgebracht, oder? Ja. Ich habe ihn umgebracht, oder? Ich glaube schön. Ei, 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 ei. Dreckschwein, das. Dreckschwein, das. Ich habe noch ein Campfire bekommen. Ach so, warte. Nee, dann cancel ich mal. Dann reicht das. Campfire reicht. Ach nee, nicht der. Ja. Oho. Komm, die schlafen uns zusammen. Nein. Nein. Ah, ich werde die. Oh, nur jetzt ist es auf dich. Ich werde mich töten. Ja, ich sitz. Gib mir Mühe, ich gebe mir Mühe. Ich werde schon... Nein. Oh, Bleischbein, er lebt noch. Ja. Er ist wieder neu. Gib ihm. Blocken. Blocken. Oh, ich sage, dein Leben. Nein. Nein. Er hat mich totgeschlagen. Wie war denn der noch? Alter, das ist doch nicht normal, dieses Vieh. Alter, das verstehe ich nicht. Ich will wieder Leute abstechen. Was ist denn das hier? Oh, hier sind welche. Hier ist einer hier drüben. Ja, da hinten, genau. Ja. Wo ist er hin? Weggelaufen. Kann sein, dass er unsichtbar ist. Hier ist eine Tür offen. Ne, hier ist er gesporned. Ich denke mal, er ist durch die Tür abgehauen, die hinten. Hier war er auch schon drin, ja? Ah. War ja überall schon. Habe ich schon hinterher die Tür aufgemacht und zugemacht. Ich denke, die war noch... War noch offen. Oder so. Ne, ich glaube... Er ist hier noch irgendwo. Unsichtbar mit dem Tank? Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Das ist zu schnell gewesen. Das hätten wir auch gehört. Ah, hier ist er! Hier ist er! Ich komme zurück. Er ist tot. Er ist Schlamm gebrochen. Ja! Jämmerlich zusammengebrochen. Ah! Den habe ich abgefackelt. Ist kein Stump. Macht euch raus, dann gehe ich ins Rote. Ne, ich komme auch mit ins Rote dann. Okay. Dann komme ich hoch ins Rote. Na dann auf ins Rote. Cool. Wo seid ihr? Ah, da! Geil! Und dann schnell nochmal ein Heiltrank. Loottechnisch habe ich ja eh nicht so viel mit. Von daher... Deswegen ist der scheiße Herr. Dann sterben wir halt hier. Wie Männer. Heldenhaft. Sag mal... Es ist nicht wie an Eta Verne hier. Auf jeden Fall sind wir nicht die einzigen. Hier ist auch noch ein Dreierteam unten. Stimmt. Das ist das wenigste Problem, oder? Die vor uns runter gegangen sind. Waren das drei? Ich habe bloß zwei gesehen, glaube ich. Also ich habe... Es waren auf jeden Fall drei. Mhm. Werfe die Brandlampe. Ja, gleich geht's los. Ich glaube, geht schon. Es ist vorbei. Naja, es muss auch dunkel werden, oder? Oder geht das jetzt nahtlos über? Ich kann mich nicht bewegen hier. Ne, es muss eigentlich nochmal wie Neustart sein. Ich... So, jetzt. Jetzt. Hat mich blockiert. Jetzt geht's. Jetzt geht's los. Habe ich. Ah, jetzt. Ich werde eine Lampe werfen. Ich muss. Oh, das hört sich schon gut an, ne? Die spinnen. Ja. Ich habe hier eine Lampe. Die schmeißt Schreien. Davor rennt die. Ja, aber du machst Flächen mit Schaden. Ja. Ja, aber erstmal noch nicht. Nur wenn große Fläche ist, sonst nicht. Da sind Spinnen. Mach mal erstmal so. Das war zur rechten Zeit, Alter. Hinter dir, hinter dir, Spinnen. Net, 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 net sehe ich nicht bis jetzt. Ich loote mal hier. Noch nie. Und eine Kiste gelootet. doch ist das scheiß nest die frage von hier rechts kommt ja ja die kommen alle von hier unten hier unten rechts kommen die her die dreck dinge ja habts gefunden da steht einer spinnen sind alle tot ich höre ein zauberer oben oben bei matze bestimmt ein bogenschützer aber dann kriege ich alleine klar jetzt mich nicht blockieren ich hab einen gegner gehört ach so ok pass auf nicht dass er euch jetzt verpasst die mauer muss weg die mauer muss weg schnell hoch nein was ein falscher weg jungs wieder zurück er kommt zurück hier geht's schön geschmeidig mal einer ach so ich habe mich gerade gefreut ein dolch schön für den schurken aber ne nein ne kiste ich habe wieder was aufgestachelt hier da ist es nicht nein ich kann nicht weg schlag zu was das zeug hält man auch danke 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 ohne dich abzustechen das war eine glanzleistung das stimmt wir haben ja kein match mehr wo die wand kommt ich glaube aber der wiki ist falsch macht auf schnell schnell sie kommen ich kratz gleich ab nein komm vorne ist ein heilschwein notte ah ok da steht einer mir am weg grandios niedergeschlagen alter geile die tür öffnen schnell was machst du mensch ich denke du machst schon lange auf das ich bin tot für was aufmachen das skelett bei mir war koffe oh die mumie hat mich umgebracht ach ne das wars für heilsche maru hey will abhauen so ne mimose hier der ist abgehauen einfach schwein hm naja oh hier steht noch eine siehste aber das wird nichts mit schlagen na wo wollst du nimm mal meine fackel mit pleispender die ich da hingeschpissen habe ok ok hehehe guck mal hier hahaha is er verrat da liegt er aber ihn hat's zerrissen was ist denn jetzt hier los den kannst du aber verbluten kannst du in deine fabrik dort ok danke oh es ist dunkel in ferne da sehe ich nicht wo ich hin schlage irgendwie habe ich es nicht kaputt gekriegt oh die wand kommt die wand kommt ok das geht nicht wollen wir es versuchen oder naja müssen ja doch ging er hat es nicht geschafft wir schon ich habe mich verlaufen oh nein hier geht es nicht weiter jungs was hier hinten auch nicht irgendwie ne wir müssen zurück kann man hier runterspringen nein wir müssen ganz zurück ja warte mal jetzt ach scheiße hier sind die gefallen ich bin tot ok nein das geht gar nicht sagst du was solche Dreckswege zu machen hier dann die dummen was war denn das ja hier sind überall die Stacheln links rechts rechts links was war das denn unter Stacheln von links und rechts war Spike och man das war auf der hellste Weg mistet der war nicht gut das war das war die Strafe weil wir über die arme Seele da gelacht haben wie er in seiner Falle verreckt ist ich denke auch ach das ist ja immer schuld ah ich bin ja nicht gewohnt so ne kleine als oh der ist doch immer oh 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 wer ist da töte den du jawoll der hat sich reingeschlissen das Schwein ja ja oh schön der hat wenigstens Mandagen für mich er kann eh nichts mehr damit anfangen genau was für ein Arschloch ne auf einmal kommt er von hinten das war die ganze Arbeit umsonst mag ich gar nicht ja 24er Dolch wir hatten ja mhm ich weiß von euch keiner keine Ahnung oh was hat er mich nicht blockiert so da war nämlich auch spinnig weil das Nest zerstören achso mhm das Nest ist kaputt das Nest ist kaputt ey du rungsen ey wie viel hält er denn aus au 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 ich hab's am Arsch Mann jetzt ey sie hat drei Pfeiler was will sie denn was will sie denn mach dich mach dich Alter ist die noch ey war die nicht ganz sauber sag mal das ist wie ein Igel ja das dumme Schwein und gib nicht mal Loot die alte Hure Alter hier unten ist ein Skelett bleichwander bleichwander da kommt der oh ne was ja ja raus weiter 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 oh nein du bist falsch gelaufen Leichwander der kommt dir hinterher jetzt ich mach mal hier zu Alter ja ich mach hier auch mal zu ich nein oh nein ich bin wahrscheinlich in so eine Axt reingerannt ja Axtfalle ey so weit war ich so weit da drin ja kann sein hier sind noch mehr solche Dinger aber das können wir cool Papa sieht aber auch schmackofatz aus so wie er zuhaut Ah nun ist ja unten ah scheiße da wächst kein Gras mehr oh guck jetzt hab ich doch Tränke ja na nimm so ich kann ja eh nichts mehr damit anfangen so wie ich halb La Veda da an der Ecke hänge und immer noch mal schön durchgesenzt werde oh oh da ist einer jo wo ist ein Bleispender ich glaube hier sind noch Spieler bei mir an den Ächsen da bin ich ach so ach so hindert ja oder? wie komm ich denn hoch zur Bleispender? oh Bleispender hat doch irgendwas gemurmelt an den Ächsen jetzt ja in den Treppen dann rechts zunächst rein und dann oh hat keiner gesehen ne? ne 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 aber was macht ein Bleispender da hinten? warum sind wir so weit auseinander? ach du ja das ist ein Spieler ja zwei oh ja Bleispender heldenhaft hat er sich im Schatten versteckt leg ihn um nein nein du kommst nicht durch alter oh oh Mann hättste mal weiter geschossen ja Mist hättste mal weiter auf die Typen hättste vielleicht noch mal einen umgelegt diese scheiß Skelette mit ihren strecksten Knochenwands die müssen gleich nicht dort stehen bleiben ja jetzt machen die oh Mann da kommt der der Halbgewalkten da stand einer direkt neben mir wo wenn ich jetzt hier hintergehe rüttle ich ja den nächsten auf so warte jetzt neben uns ist auf jeden Fall einer gespawnt ja ich hab irgendwas gehört ich hab halt noch nicht mal ein Schwert man kann halt nicht mal in Nahkampf gehen wenn jemand ein Schwert findet bin ich ein dankbarer Abnehmer danke ne ja sieh mal zu dir hier das sind gute ah ok danke mit dem bist du schneller oh da hinten lief einer ja hier ich sag ja hier war einer der gespawnt ist warte hier ist ein Helm für dich da liegt der auf der Erde ich weiß auch nicht ob der gut ist ob du vielleicht einen besseren hast oh ja ich nehm ihn mal mit ah Bogenschütze ok Wollte die Brandflasche schmeißen jetzt rechts steht er rechts ach so weggelaufen ist da ein Gang wieso konnte er an diesem Mage vorbei weiß ich nicht der ist hier bestimmt auch irgendwo mit Unsichtbarkeitsrank oder so boah wer ist denn hier? eine Falle in der Mitte ok aber ich ich höre einen ich höre einen Steppen irgendwo hm hier nebenan der ist hier rein definitiv ja ja er fightet gegen einen Spinnen ok ok das müssen wir ausnutzen komm her ja hoch rechts hier rechte Treppe hoch mach nicht so aggressiv er ist tot glaube ich der Mage hat ihn kalt gemacht ist der Magier schon tot? ne noch nicht Achtung er kommt oh ja hier liegt er das hat er das konnte er nicht mehr überleben oh bloß so eine arme Seele naja aber hat er uns ja angegriffen ja aber es blieb ihm anderes übrig hm alles Standort hm 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 warte hier ist hier ist ein Kleriker das ist der Krieger da links ja aber der ist auch hier sind Portale alter ja dann sneak dich an eins ran genau mach auf dann gehe ich hier raus und du dort ah er fightet schon gegen den Kleriker geh ans Portal mal zu der ist eh gleich tot hm schaffst du bestimmt ja so da war noch ein Kleriker und da kam noch einer alter hier ist die ganze Bude voll äh Bleistbeinern bist du auch raus oder? ja ja gut gut Ich bin da ich bin da also ich bin da ist das ich bin da erlebte Untertitelung des ZDF für funk, 2017